Hallo Herr Lange! Hallo! Stellen Sie sich auf Eifler Platt vor. Tag, mein Name ist Thierry Lange. Und Sie sind? Biathlet, Langläufer. Herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation. Danke. Ihr Gesicht, als Sie es realisiert haben? Boah! Zur A-Qualifikation fehlten 30 Sekunden. Was schaffen Sie sonst in 30 Sekunden? Oh, auf jeden Fall nicht mein Zimmer aufräumen. Bronze, Silber oder Gold? Gold. Ist das realistisch? Eher nicht, aber man kann ja träumen. Was essen Sie vor einem Wettkampf? Irgendwas mit Brot, Brot mit Honig. Pauschal Strandurlaub oder Zermatt im Winter? Zermatt im Winter. Ihr Lebensmotto? Immer alles geben. Thierry Lange oder Langer Thierry? Thierry Lange. Welche Musik hören Sie? Von allem, also elektronisch oder auch Metalmusik, aber auf keinen Fall Ballermannmusik. Welcher Spruch Ihrer Mutter hat Sie früher am meisten genervt? Nee, fällt mir gerade nichts ein. Duschen oder Baden? Duschen. Wofür würden Sie nachts aufstehen? Nächste Frage. Single oder vergeben? Single. Woran liegt es? Weiß nicht. Haben Sie Groupies? Ein paar vielleicht, ja. Die heißeste Frau auf diesem Planeten heißt? Tyril Ekov. Können Sie aufs Snowboard fahren? Nein, leider nicht. Was können Sie überhaupt nicht? Russisch sprechen. Haben Sie einen Spitznamen? In der Biathlon-Mannschaft Titi und sonst in Elsenbaum TH. Der Spitzname kommt woher? Gute Frage, keine Ahnung. Wofür geben Sie das meiste Geld aus? Für den Sport. Party oder Couch? Das ist mal so, mal so. Sie haben noch 5 Euro in der Tasche. Investieren Sie in ein letztes Bier oder in ein Taxi? Wenn es ein gutes belgisches Bier ist, dann ein Bier. Wie heißt Auf Wiedersehen auf Koreanisch? Uxikoxi. Viel Erfolg in Südkorea. Danke.